Eine Lehre bei Agro macht dich stark. In einer der modernsten Lehrwerkstätten Österreichs werden engagierte junge Menschen auf rund 900 Quadratmeter in sechs technischen Lehrberufen optimal auf die Herausforderungen im Berufsleben vorbereitet. Einmal jährlich gibt Oberösterreichs führender Kunststoffverarbeiter Einblick in den Ausbildungsalltag. Kunststofftechnikerinnen und Techniker produzieren nicht nur auf Maschinen- und Produktionsanlagen. In den vier Lehrjahren werden auch Herstellungsverfahren von Kunststoffprodukten entwickelt. Handwerkliches Geschick zeigen Metalltechnikerinnen und Techniker in dreieinhalb Lehrjahren in den Hauptmodulen Werkzeugbautechnik, Zerspannungstechnik und Maschinenbautechnik. Allround-Talente werden in vier Lehrjahren in der Doppellehre Metalltechnik und Kunststoffformgebung ausgebildet. Top-Aufstiegschancen bietet die Lehre mit HTL-Matura. Vom Betrieb abgeschottete Lernräume mit lichtdurchfluteter Architektur und detaillierter Lernpläne sorgen für angenehmes und praxisgerechtes Lernen. AGRO stärkt seine angehänden Fachkräfte für die Zukunft. Hierfür sorgt ein junges und topmotiviertes Team von Ausbildern. Wir legen Wert darauf, dass die Leute so vielmöglich lernen, dass sie die ganzen Facetten von AGRO kennenlernen und einfach ein kompletter Facharbeiter werden, der selbstständige Entscheidungen treffen kann. AGRO-Lehrlinge sind begeisterungsfähig. Für unser Team sollte man viel Interesse für die Technik haben und einfach offen sein für neue Herausforderungen. Hervorragende Karrierechancen, attraktive Entlohnung, Sicherheit am Arbeitsplatz und zahlreiche Social Benefits stärken das Wir-Gefühl. Karriere mit Lehre bei AGRO. Eine neue Dimension der Lehrlingsausbildung in Oberösterreich. Kanal Kapitel www.aufgkool.at Kabel bedeutet das Wir-Gefühl.